Ja aber wo komm ich denn mit zu? Denk mal nach wo du schon warst und wo noch so was ist. Ich kann nicht so überatmen können, ich kann nicht so überatmen können. Ich hab nicht so überatmen können, ich hab nicht so übermusikern. Ähm, nein, was redest du da? Ähm. Denk, denk, denk! Das ist das neue Winniepoo! Denk, denk, denk! Ähm, guck mal, da ist nämlich auch offen. Da ist auch offen. Da geh ich jetzt erstmal hoch. Ich weiß gar nicht was da oben ist. Verdammt! 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 Da war... da dann! Ne, atmete hier. Ich weiß nicht mehr, wer da in dem Raum war. Ja, in welchem Raum war. Mama, Mama, Mama. Ey Luigi, ey. Hast du die doch alle... Ich bin doch eigentlich nicht so scheiße rum, ey. Ich glaub, man musste auch noch Feuer anmachen. So, das war auch offen. Ja. Das wusste ich nicht, aber was ist denn in dem Annamen drin? Das kann doch nicht wahr sein. Aber ich brauch Feuer. Ah, nein. Süß. Ah, hier weiß ich, was da ist. Also, das weiß ich nicht mehr. Oder ich glaub jedenfalls, was das ist. Was war denn da noch genau? Ja. Das war scheiße, die hasse ich sehr. Ja. Hallo. Genau so scheiße ist es auch bitte nur, nimm die Kacke, die die rumschleudern, dann wirst du ihr gegen den Kopf. Warum, was für ein kurzes Spiel? Ich glaub, ich mit dem Spiel ist ein... Ich sehe das vorher schon. Ja, ich mach ihn mal. Aua. Aua. Dit, dit, dit. Wow, what the frick, what do you make? Crazy grandma. Aua. Aber es tut nicht mal weh. Sehr gefährlich, crazy grandma zu sagen, wenn ich grad trinke. Oh, jetzt verlierst du die Oma-Stimme. Schönes Feuerchen. Wow, du schießt mir deine Augen? Was fällt dir ein? Schönes Feuerchen. Ja, woher ist diese Filmzitat, meine Damen und Herren? Wenn sie das nicht wissen, dann sind sie scheiße. Vielen Dank. Sagen sie's noch einmal zurück, wenn wir mal mitraten können. Ich hab das schon fünfmal gesagt. Ja, Hannesbrot, sagen sie es nochmal, bitte. Okay Hannesbrot, sag das mal. Ich bin ja nicht Hannesbrot. Hä, was ist jetzt los? Was soll das? Muss ich jetzt wieder rausgehen, oder was? Hä, was hast du denn gemacht? Ich hab dich nicht getroffen. Da hat sie HHH gemacht. War das ein Fehler? War das ein sogenannter Buck? Ein Käfer. So, jetzt sterben sie aber bitte. Von hinten geht nicht. Von hinten mag sie es nicht so. Aaaaah! Ey, die bleiben nicht so gut haften. Tja, gebrochen. Patex. Patex? Will ihr mich verarschen? Patex, Patex. Luigi, du sollst sie nicht einfach fallen lassen. Du sollst die, äh, ne? Oh, du kannst nicht auf deine eigenen Füße aufpassen. Das ist Luigi! Ohhhh! Da krieg ich Anomalin von. Stopp! Danke. Luigi. Oh, Luigi. Luigi. Oh, Luigi. Luigi! Was machst du denn? Dann kannst du nicht halt in diese Scheißwahl! Wo ist die andere jetzt hin? Schönes Feuerchen. Was hat sie denn noch immer gesagt? Schönes Feuerchen und? Schönes Feuerchen. Nein, sie hat noch irgendwas gesagt. Irgendwas schönes oder tolles oder toll oder witzig. Ich weiß es nicht. Fabelhaft. Nein, sie hat auch irgendwas gesagt. Sie hat auch irgendwas gesagt. Fabelhaft! Was ist das für eine... Alter, das ist voll grantige Oma. Und jetzt muss ich wieder... Ne. Ah, gut. Dann ist ja... Okay. Dann ist ja gut. Ja, das ist ja klar. Wenn sie fragen... Stirb, Oma. Sollen wir mal den Pilz ein? Ah. Ist das der Reaper oder was geht ab? Der Reaper? Der Reaper. Der Reaper. Nein, der Reaper. Ja, es geht um den Reaperen. Das war schlecht dafür. Echt? Hab ich nicht gesehen. Ja, das war schlecht. Da ist ja auch so scheiße zu reden. Alles gut. Ich halte mich auch nicht. So, jetzt haben wir hier einen Schlüssel. Mal was drüber und gucken, wo wir reinkommen können. Oma Adeles Stube, Warrat! Oma Adeles! Oma Adeles! Oma Adeles! Der Hund ist grau! Ja, dann haben wir ja schon fast alle geschafft. Fast alle Räume. Hä? Ja, hier oben mal. Ja, hier im Stachwerk. Ja, da hast du ja die Hälfte schon. Das hab ich hier versucht, zu erklären. Ja, ich hab's jetzt auch verstanden. Ich bin ein stinkender Limburger. 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 Lumpiger. Nein. Ja, aber das kann ich mir nicht erklären. So, moody des seit des Dirkus. Du möchtest du es lesen? Heute, glaube ich, mit Fräulein Pidonia und Urgumisches Streitkursspiel. Sie ist so meine Baterwohnung gespielt. Ah, falls man das noch nicht hat, ne? Das wusste ich ja nicht. Oh, alter, wie viel. Wütend. Wütend. Was hab ich noch gelesen? Was hab ich noch gelesen? Hallo! Dank, 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 Dank! Kann ich Ihnen helfen? Ich bin ein Lumpiger. Oh, wieder da hinein. Alter, das ist ja mein Schild. Naja, das Bild ist was rausgekommen. Das ist aber ein Hin und her, jo. Oh, ma artes Strom. Oh, oh, das war's und das Spiel ist aus! Was hab ich mir1000? Ja, im Himmel hauptscher Gott moody! Blip, 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 blip! Hm, blip, 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 blip! Entschuldigung, ja, ist gut. Ja, oh Mann! 24 herziges Oh Gott, du blöder Idiot Soll ich verpist dich ganz hinterm Doff, du blödes Apropopo, ich bin in meiner Kampagne noch nicht weit Oh, ein vernageltes War ganz schön vernagelt Vernagelt und zugelegt Ah, das war doch hier, oder? Nee, scheiße, wo war das? Da musst du erst wieder runter gehen What the frick? Wo krieg ich Feuer? Oh, du blöder Nicht gut Ich will gerne Feuer haben Das ist hier aber oben, hier oben Oh, hat Ludwig auf Streifen gezogen, ja Du hast übrigens nur noch neun Energie Ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, wenn man stirbt Aber ich komm jetzt ja Ich komm jetzt zu dem Raum mit dem Baby Und da ist ja Herzen Großen Herzen Das ist nämlich der Raum der großen Herzen Ja Du musst dich erst vorbei Den Spiegel hätt ich auch mal benutzen können Oh, hier ist vielleicht auch ein Herz drin Und wenn du dann hunderteil jetzt aus dem Brust ausverlassen Das ist kein hunderteil jetzt Das ist kein hunderteil jetzt Oh So, mal gucken, was wir hier drin haben Du, ein großes Herz Oh, ein Herz Ja, ey, wenn ich das jetzt nicht gerne Man darf nämlich nicht rausgehen, weil der hat ja Weil das umsonst gemacht wird Voll kaka Ja Hallo Noch ein Baby Das ist ja unglaublich Zimmer, Zimmer der Zwillinge Ah Zwillinge der Zimmer Aha Schon wieder so ein scheiß Satanisten-Post Aber ich bin, die sind hier früher auch nie weitergekommen Aber jetzt Aber jetzt Und ich sage, weiß man, dass man diesen Scheiß drin ist Ich muss einfach in der Mitte Schrauben machen Ich muss einfach in der Mitte Schrauben machen Ich muss nur eine Position 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 Oh, wollen Sie mich verarschen? Ja, Zeug Das sind Hubschrauben Alter Schwede Geklappt Giii, ist er denn hässlich Giii, wir sind hässlich Oh, Lumala Wir fallen keine Stimme ein Hey, warum spielen Sie sich? Verstecken Sie mir dort Ja, gut, fangen wir an, ne? Juchuuu Wir verschnitten und jetzt Wir müssen draußen warten Okay Verpiss dich, Wixer Ihr seid gar nicht mehr am Leben Ähm Äh Mutter hat euch im Schlaf erwürgt Äh Hey, warte Swing Swing-Geräusch, hm? Jo Oh Joa, da guck ich mal Joa, da guck ich mal Joa, da guck ich mal hier, ne? Ja Sind sie da drin? Ne Falsch, Addy Betty Und jetzt? Your mom is a bitch and your bitch is a mom Und jetzt? Jetzt muss man wieder rausgehen Wieder reingehen So ist nervt doch Hm? Aber soll man das denn wissen? Kann man da vielleicht irgendwie dran saugen oder muss man das? Ich glaub warten, ne? Warten und dann wackeln die Ach, genau andersrum, da wo es nicht wackelt Ne, der hat nichts geklappt Ne, nein Vielleicht sind die auch immer in derselben Farbe und werden grad gucken müssen, wo die drin sind Hier Also das war ja ein bisschen dumm Oh Mario Ich hab das demonstrieren, wenn wir das ist, wenn man gegen eine falsche Tür bleibt Ja, ich find das auch genial Das sind böse Tür Und die töten einen Und die verletzen er Ja Das gibt's nämlich auch bei Zelda Zelda modern Hier Oh maaaannn Wo kann man das denn? Woher? Woher? Hm Na 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 Was soll ich machen jetzt? Hm Rot, rot Mario Oh yeah Mario Das kann doch nicht sein Man muss das irgendwie rausfinden, denke ich Was ist das denn für ein scheiß Glücksspiel? Ich denke man muss das rausfinden Ich glaube nicht Ich denke man muss Ich glaube nicht Ich glaube nicht Oh, ein Herz, ein Herz, ein Herz, ein Herz Da wackelt nix, 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 da wackelt singen spielen aber warum hast du flügel mal war da können erweilig ich weiß ehrlich nichts und ich habe dort kippen Prozent das ist das aber auch immer nur ein das ist die Bomben reinbomben aber warum hast du aber warum aber warum stimmt mein Gott mein Gott ach der fährt gleich mit dem Auto gegen dich und BAM guck mal den kriegst du jetzt gleichzeitig da damn Bullshit BILDU Scheiß Zwing Scheiß Zwing Scheiß Zwing Geräusch Zwing bringt ein sehr gutes altes Spiel was sagst du dazu? das muss ich ihnen echt empfehlen Zwingen ist sehr alt ja das hab ich schon mal gemacht echt? war ich da nicht da? hä was ist das denn jetzt? naja ein Teil wieder ich würde meinen Schlüssel du bist dran das mal ist schuld äh äh riech nach Marius Füßen jeder weiß wie die Füße von seinem da ist das was drinnen hau ha ha ist der Blumen gewalt hä komm mal klar in dein Leben so Bugiusi der Schreckliche das verstehe ich jetzt nicht was denn ey wie schnell ist denn abgeraunt hm das verstehe ich jetzt nicht Aber gut, dass ich hier in jeden Raum reinkam. Und das was will ich ja kriegen. Ja, ist in Ordnung. Mafiosi oder was? Mafiosi der Fleck. Schrockliche Standorten. Ich bin nass. Ja, danke, danke. Ja, was? Instrumenten gehört? Instrumenten. In einer Dreiecksbeziehung. Was heißen soll das? Elementen. Von der Infizierung der Elementen gehört. Ich demonstriere ihn nun. Den Spieker. Sieht irgendwie sehr scheiße aus. Dann noch so komische Flecken dahin machen und schon denkt man, man wurde teleportiert. Heute demonstrieren wir ihnen viel, wie das aussieht, wenn man zerquetscht wird. Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Das ist sogar Feuer. Also irgendwie glaube ich nicht, dass wir heute noch zum Endgegner kommen. Bim, 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 bim. Vielleicht ist er das. Oh ja, deine Mutter kommt. Oh nein, sie ist fett. Oh, sie zerquetscht mich. Hier ist eine Kugel. Deine Mutter. Hörst du? Deine Mutter. Deine Mutter. Hörst du? Die innere Stimme deines süßen geliebten Mario. Schrecklos nach. Was ist das? Ein König? König Buhu? Ist dieser König Buhu? Versteher? Hast also dein Mario entführt? Ah. Mehr vermag nicht zu sagen. Die Geister haben mich so eben verlassen. Ich finde, für die sollte man, wenn man dann eine Stimme für den macht, die von... Äh. Du hast den Farbfilm vergessen. Mein Michael. Wie heißt der? Michael? Das ist ein Mann. Ja, von Nina Hagen. Die hätte das... äh... sprechen müssen.